Wir sind besträgt unseren Studierenden natürlich möglichst viele Welten zu öffnen. Räumliche Welten beispielsweise, indem wir sie dazu ermuntern, einen Teil ihres Studiums auch außerhalb des Campus der Universität Augsburg zu absolvieren. Wir forcieren sie sogar, ins Ausland zu gehen. Wir unterstützen sie darin, ins Ausland zu gehen. Wir bieten einen exzellenten Service, der nahezu einmalig ist in Deutschland, dazu eben auch andere Welten kennenzulernen. Aber natürlich auch Erfahrungswelten hier und natürlich auch Erkenntniswelten, geistige Welten, wenn es darum geht, natürlich den eigenen Horizont etwas zu erweitern und zu erweitern mehr als nur den Kernbereich eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums im Bereich der BWL oder VWL hinaus. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020